Gilt bei einer dauerhaften EM-Rente auch die Neunjahresregelung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Also ich habe heute am 6.10.2021 eine interessante Anfrage bekommen von einem Kunden von Rentenbescheid24.de. Dieser Kunde hat in der Vergangenheit immer eine befristete Erwerbsminderungsrente bekommen, als volle Erwerbsminderungsrente, als sogenannte Arbeitsmarktrente. Und im Jahr 2020 wurde dann aufgrund einer medizinischen Begutachtung festgestellt, dass aus der befristeten Rente hier eine unbefristete Erwerbsminderungsrente zu gewähren ist. Und zwar als Dauerrente unbefristet, wie ich es schon gesagt habe. Und der Kunde hat jetzt Angst, dass die deutsche Rentenversicherung spätestens nach neun Jahren dann kommt und sagt, hier eine neue Begutachtung, du musst dich jetzt also hier nochmal überprüfen lassen, ob denn bei dir auch wirklich tatsächlich dieser Grund für den Wegfall der Befristung noch vorliegt. Und da sage ich, nein, da muss man sich eigentlich gar nicht davor fürchten, denn die neuen Jahresregel gilt grundsätzlich bei unbefristeten, dauerhaften EM-Renten, so wie wir sie bei den befristeten EM-Renten kennen, nicht. Und zwar sagt der Gesetzgeber nur eines, wenn aus medizinischen Gründen eine dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt, dann gilt der neuen Jahreszeitraum als eingetreten. Das heißt also, wir haben praktisch eine Prognoseentscheidung über den neuen Jahreszeitraum hinaus. Also irgendein Arzt, ein Gutachter oder ein Vertrauensarzt von der Rentenversicherung sagt, ja, der Betroffene ist so krank, dass er auch in neun Jahren mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr ins Erwerbsleben einsteigen kann. Und deshalb ist das nur eine reine rechtliche Betrachtungsweise, aber der neuen Jahreszeitraum gilt grundsätzlich nur nach den entsprechenden Regelungen des SGB VI für befristete Erwerbsminderungsrenten. Es kann natürlich irgendwie auch mal ein Umstand eintreten, dass die deutsche Rentenversicherung sagt, naja, bei dem Versicherten, der eine Dauerrente bekommt, müssen wir trotzdem nochmal nachgucken, aber nur dann, wenn der entsprechende Betroffene hier auch den Stein des Anstoßes gegeben hat, indem er zum Beispiel irgendwie mitgeteilt hat, dass er noch arbeiten geht oder dass er vielleicht einen Job macht, der vielleicht in das Erkrankungsbild nicht so ganz reinpasst, sodass die deutsche Rentenversicherung hier Zweifel hat, ob das alles soweit in Ordnung ist. Aber grundsätzlich gilt, die neuen Jahresregelung gilt für EM-Renten, die auf Dauer gewährt werden, grundsätzlich nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.